Ich war die letzten eineinhalb Wochen ausschließlich in Barfußschuhen unterwegs, da die gerade super im Hype sind und angeblich super gesund sein sollen und ich will das über den langen Zeitraum testen. Die Schuhe haben eine extrem dünne Sohle. Es fühlt sich auch so an, als würde man einfach auf dem Boden laufen und bis jetzt läuft es nicht so gut. Ich habe ein bisschen Gelenkschmerzen. Ich denke, das ist einfach nur, weil die Federung fehlt und ich halt den ganzen Tag mit diesen Schuhen auf harten, unnatürlichen Flächen laufe. Ich denke, ich muss mehr auf unebenen Flächen gehen, weil das einfach gesünder und natürlicher ist, aber ich will das mindestens noch einen Monat durchziehen. Ich gebe euch natürlich Updates, also folgt mir gerne, wenn euch das interessiert.